Willkommen zurück bei Dying Light. Wir verlassen die Höhle. Wir haben hier ein Ausrufezeichner. Wir haben uns darum gekümmert, sagen wir es so. So, was haben wir noch an Quests? Nicht mehr viel, dann kehren wir zu Jazir zurück. Allerdings erstmal ohne Auto, wie es aussieht. Wow! Ah ja, mein Auto ist da oben, dann ab zum Auto. Ich hätte sogar noch weiter runterfahren können, theoretisch. Ich glaube wir sind so ein bisschen im Feriengebiet von Haran gelandet. Gerade wegen der vielen Hohnwägen und dem Kram. Hier das ländliche bisschen. So, Auto. Und zurück zu Jazir. Oh! Das werde ich natürlich gleich kontrollieren. Ja, das ist auch klar. Mechaniker Stufe 1. Mehr kann ich sowieso nicht nehmen. Was kommt denn noch? Nitro, Nitro. Alarmanlage, Fernbedienung, Minenleger, Mechaniker Stufe 2 natürlich. Versteigter Käfig. Das ist sehr gut. Das wird wohl das Wichtigste sein dann. UV-Scheinwerfer, Sicherheitszone, RAM-Gestänge und verstärktes RAM-Gestänge. Benzin-Effizienz. Und die Offroad-Federung. Ja, ich sehe schon, das wird interessant werden, das zu leveln. Oh Gott. Den habe ich von Weitem schon gesehen, aber habe es trotzdem nicht mehr geschafft, mich rauszuhalten. Nee, nee, nee. Das war ja auch ein Aufbau-Event. Das ist ein Aufbau-Event. Ab dem Parken. Ah, das ist immerhin ein Bunker. Die sind immer davon geklappt. Das ist immer davon. Das ist das für dich! Ich bin in die Wartel. Das ist das für dich. Und noch mal heilen. In dem Namen der Mutter, ich empfehle dich. Mit dem Namen der Mutter. Der Mensch ist ein Menschenwolf. Dann zählen die hier auch als Schergen von Raiz. So, was haben wir denn? Nur Müll. Bis auf die Machete. Okay, ich werde jetzt den erstmal zerlegen. Die kann man mal upgraden. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Nehmen wir doch mal den Kater-Mod. Da brauche ich aber noch mehr Mods. Da steht mein Auto, da mitten im Busch, gut versteckt. Da brauche ich noch ein paar mehr Mods. Hier. Oh ja. Damit ich die Achsen mehr aufbauen kann. Auf die Seite. Direkt wieder eingestiegen. Ah, ein Rennen. Racist. Ja, machen wir das zuerst. Da muss ich nochmal Puppe sammeln. Das sind 243 aufgestellt. Die sind hier voll abgeschaltet. Okay, da werden die Freaks angezeigt. Hier sind ganz schön viele. So, aber jetzt wollten wir ihn zu Vollgas befragen. Ah, hat wieder Zeug für uns. So, wie geht's das mit dem Rennen? Ich habe ein paar wunderschöne Posters gesehen. Oh, Mann. Oh Mann, ah, ich vermisse einen guten Flugzeugen, mehr als in der Wasser zu fahren. Ich war mal ein Champion, du weißt? Fünfmal, zurück zu zurück. Aber hey, du hast mir einfach eine fantastische Idee gegeben. Listen, ich gehe hier in diesem Ort. Jeder ist all die ganze Zeit depresiert. Wir machen mal ein bisschen Spaß, oder? Was bedeutet das? Wir machen ein paar Flugzeugen, Mann. Ich habe es alles figured. Du bist der nächste Champion. Ich denke, ein bisschen Distraction wäre willkommen. Das ist grinsen. Also, erinnere mich, um die Fahrt zu fahren. Und dann fahren wir nach der Straße, außer der Stadt. Und gib mir ein Zeichen, wenn du nahe der Pizza-Place bist. Okay. Okay. Dann... Grinsen wir doch auch mal. Ah, das ist ja die Idee. Okay. Wauw! Wauw! Oh Gott! Ich kann los in das neue Station. Alright! Okay, schauen wir mal. Okay, hier sind überall extrudierende Zombies. Da kommt es gerade ein bisschen langsamer vor das Auto. Ich versuche die Zombies zu hochfahren. Wow! Weil die einen zu viel ausmachen. Was zur Hölle ist da los mit dem? Er springt feindlich auf die Fahrt des Auto. Ah, okay, da hätte ich auch so fahren können. Oh, shit! Das geht! Das passt doch mit der Zeit. Oh, auf! Das ist krass. Nein. Das ist zwar nicht optimal, aber... ... ... ... Oh, wir schaffen es. Un-fuckin-believable, man! You beat my time! Get your ass to my place, let's talk! Yeah, hey! Das hat irgendwie Spaß gemacht. They're at the starting points of different races we had here. I won all of them. So when you find one, give me a shot. And I'll work the stopwatch. We'll make a champion out of you in no time. And for beating me, I'll give you a ride a new paint shop. You gotta admit, she could use one. Okay. Genau, da gibt's dann verschiedene Orten. Dann nehme ich natürlich die Rinderkierung noch mit. Das war Ernte. Das war Ernte. Wo müssen wir da hin? Ah, was? Ich kehre jetzt aber erstmal zur Farm zurück. Ja, ich kehre jetzt erstmal zur Farm zurück. Schauen wir, was ich jetzt hier für uns hat. Ich höre jetzt! Wow! Okay! Ja, ich predict. Okay, ich schmerze jetzt! Okay, ichandi, das geht. Okay, ich vermisse. Okay, ich beschwerde dir in dasoraUS- Ich schmerze dir, das zu wichtig. Oh, ja, ich sch pud vas. Also, wenn erreesich für euch andere blendst Thriller in darf ich ist. Ja, das wohl Gratis ist nichts an mir zu bauen. Ich weiß nicht, was kommt. Schöne Briefkasten noch umgemäht. Und hier haben wir wieder Ausrufe zeichnet. Es geht um den Schmuck. Du kannst ihn nutzen, um mehr als gleiche zu erraten. Das ist die Thremothesmose. Pheromones. Ja, das habe ich gesagt. Oder du kannst ihn nutzen, um ihn auszusehen? Das habe ich gesagt, was ich gesagt habe. Du lernen schnell, Junge. Okay, so diese Bolters sind zu fressen, die du, was, für den Wind? Ja. Wenn du einen Bolter sehen, einfach überraschst ihn mit deinem Auto, okay? Das wäre sehr wert, und erinnere mich über die Livers. Okay. So, dann, okay, er hat noch mehr. Dann sprechen wir mit dem Gesichtsherst. Do not stray from it. And may this help you in your struggle. That's all we have to say to you for now. So, dann kann ich jetzt noch mal... You can leave now, Newcomer. Okay. So, das ist noch hier drin. Hey, Polat. Ich denke, ich gehe nach Erkons Farm. Du bist verrückt, Mister. Das ist ein Suicide. Ich werde mich beherrschung. Beside, die Bandits werden das nächste Mal beherrschst. Ich werde sie versuchen. Nach dem, was sie gemacht haben, da werden sie keine Gehreise haben. Wenn du so fühlst, dann warum du das? Warum nicht nachdem, jetzt? Geh jetzt nicht so hoch und mit mir, Herr. Wir sind schrecklich, aber wir sind nicht verrückt. Willst du dich getötet? Ich denke, ich kann ein paar Thugs mit gunnen. Ich habe gehört, dass du mir helfen kannst. Jasier sagte, du arbeitest an dieser Farm? Arbeitest du da, das stimmt. Wenn du wirklich willst, folgst du da, folgst die Wall, und geh nach links der Entrennung. Es gibt eine Schraub in dieser High Wall. Du könntest wahrscheinlich es nutzen, um es zu spüren. Okay. Dann fragen wir natürlich Eski noch. Was ist da oben zu? Ah, man kann ja halten. Sehr gut. Was hier drin? Nein. Ja. Das ist was von ihr. Sie war die glücklichste Person, die ich noch nie wusste, aber jetzt... Entschuldigung, aber... Sie ist, äh... Bewusst, richtig? Bewusst, ja. Aber je länger sie dort liegt, ich fühle mich, dass sie nicht mehr will. Als sie noch zu sprechen, sie sagte mir, dass sie ihn verletzt hat. Und ihre Mutter. Sie sah ihren Bruder in der Gesicht, Kyle. Sie sahen ihn. 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 Ja, natürlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich denke, ich habe es zu viele Mal gehört. Okay. Dann machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg. Da hin. Kann man ganz gut im Auto heilen. Allerdings ist es ein bisschen Fingerbrecherarbeit. Wenn der wohl weg ist. So, das ist ein Händler. Wir sind also eine lokale Berühmtheit. So, eine Lauf-MP. Aber auch nichts wirklich dabei. Wo ich gesagt hätte, ja, das will ich haben. Okay. Dann erst mal hier. Okay, dann haben wir Bandgiten. Was zur Hölle? anybody here holy shit shit Was? So. Okay, nicht eintreten. Okay, vermutlich im Haus. Ich habe den Eircon. Okay, da haben wir den Eircon. Eircon, das ist das du? Böse. Möse. Hey, Eircon. Was kann ich machen? Hey, du bist sicher, Mann. Du bist in Ordnung. Du bist in Ordnung. Möse. Bitte. Ich will sie mit ihnen. Böse. Eircon. Du bist in Ordnung. Sie ist in der Jazeera. Sie braucht dich. Sie ist in Ordnung. Sie ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber Eircon ist alive. Er ist ein Verwalt. Er ist alive. Erkann ist alive? Und du hast wirklich die Bandits ausgesucht? Er ist nicht weiß, dass ich mich nicht weiß. Ich kann ihn nicht durchführen. Er ist in tiefem Schock. Aber die Farm ist klar. Ich weiß nicht, du kannst ihn zurückführen. Natürlich, natürlich. Aber dann steht noch ein Auto. Die Unterfahrt. Aber dann soll ich noch mal zurückkommen. Ich denke, wir sind hier sowieso nachher. Ich denke, wir können beide Pakete noch hinnehmen. Aber das hat viel zu lange dauert. Tatsächlich, beide Pakete. Dann brauche ich kurz die Karte. Biele als Tankstelle, ist nicht so weit weg. Die Karte ist nicht so weit weg. Ich kann es nicht vergleichen. Ich bin jetzt für die Löcher zu hoch. Allerdings... ... werde ich das zu Fuß machen. Dann haben wir den nämlich auch gleich. Und warum nicht kombinieren? So, hier ist Fakschallam. So, die machen wir jetzt erstmal nicht. Die haben wir ja schon gemacht. Hm, er hat wohl mehrere Tankstellen. Oder ich sehe gerade nicht genau, wo ich bin. Aber egal. Was ich auch noch schauen wollte, kann ich noch was reparieren? Ja. Dann reparieren wir alles. Sieben Schrauben. Ah, ich habe doch einen Motor-Type. Sollte er jetzt ein bisschen schneller sein. Sollte er jetzt ein bisschen schneller sein. W миллиm du Schrauben noch eine Warte soarbe. Warte soarbe, ich möchte... Warte soarbe. Warte soarbe. Warte, Warte soarbe. Warte soarbe. Warte soarbe. Ich bin nicht sicher, aber das sieht sehr fragil aus. Achso! Ach, dann müssen wir eine neue Tauschung haben. Okay, das geht sehr schnell, wenn ein Zockes noch fährt. Schauen wir mal nach dem Parkplatz. Ja, wo der Zaun ist. So, Fertigkeiten, das mache ich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao! Auf Wiedersehen! 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 Vielen Dank.